Der Matrose, wenn zwei Herzen zu Ende sind Einer geht ohne sich umzudrehen und hinter ihm pfeift der Wind Oh, ich bin schon nicht frei! Ich bin schon nicht frei! Ich bin schon nicht frei! Danke schön. Hallo. Hey, grüßt euch. Schön, dass ihr alle da seid. Ein paar haben schon mitgesungen. Mann, das macht mich stolz. Vielen Dank. Ich bin Sarah Lesch, ich bin Liedermacherin und wurde ganz kurzfristig zu diesem wundervollen Festival eingeladen. Ich freue mich sehr, heute Abend hier für euch zu spielen. Wir haben vorhin schon ein kleines Konzert da drüben gespielt, im Schiff. Und deswegen habe ich jetzt ein paar andere Lieder in die Setlist genommen, weil ich dachte, sonst muss ich ja die gleichen Geschichten zweimal erzählen. Das ist ja doof. Neben mir sitzt Bastian Bandt. Der ist auch ein Liedermacher und heute habe ich ihn als Begleitung dabei. Hi. Welches Lied spielen wir denn jetzt? Ach so, ja, genau. Ich wollte ja spontan Setlist machen. Äh, ich schmeiß jetzt um, Herr Bandt. Können wir das tun? Wir haben ja gerade so vom Gehen gesprochen, ne? Einer ist immer der Matrose. Manchmal ist er ja gut abzuhauen. Habe ich auch gemacht, so vor einem Jahr. Ich bin im Osten geboren, also in Altenburg bei Leipzig. Und meine Eltern sind dann mit mir ins Schwabenland gezogen, als ich so fünf war. Ich weiß nicht, ob irgendjemand eine Ahnung hat, was das bedeutet. Ich wackele mit der Unterlippe, das sieht man nicht so. Von Weitem. Ne, es war nicht so leicht, aber ich habe die letzten sieben Jahre in Tübingen verbracht. Kennt jemand Tübingen? Nö, naja, gut. Tübingen ist sehr hübsch, ja? So eine kleine Insel im Schwabenland. Das ist nicht so schwäbisch, wie sonst das Schwabenland ist. Und ich habe es sehr gemocht. Aber dann habe ich es irgendwann nicht mehr gemocht und wollte zurück nach Leipzig ziehen. Und dann habe ich Folgendes getan, das kann ich jedem von euch nur sehr empfehlen. Wenn euch mal langweilig im Leben ist, einfach mal umziehen und niemandem vorher Bescheid sagen. Es macht total viel Spaß, habe ich auch so gemacht. Ich bin dann die letzten drei Tage, bin ich so durch Tübingen gestreunert.